Moinsinn, herzlich willkommen zurück zu God Simulator 3 lustige Dinge und da müssen Rollern schwimmen. Diese Rohre sind mir gerade hier hingeschoben worden. Ich weiss nicht wo die standardmäßig sind, aber es war richtig lustig. Leider habe ich da noch nicht die Aufnahme dabei gab. Ging auch sehr schnell. So und wo ist eine Taube? Wir fahren erstmal um. Ich will die Taube haben. Was passiert wenn wir nicht grinden? Wo ist der Anfang wo wir hoch können? Ich will ein bisschen Tauben verschwinden. Komm schon. Yes. Sehr witzig und komm hier nicht hoch. Das geht einfach. Ja standardmäßig. Dankeschön. Hallo. Spiel. Gut. Tauben verschwinden. Wir können sie überfahren. Wie geil ist das denn? So wir gehen an gewisse Punkte wo ich denke es geht weiter. Wir gehen zum Beispiel. Könnte etwas sein. Hallo. Was hast du davon wenn du Mami schaust? Okay. Das ist aber ein lustiges Easter Egg. Fand ich noch gar nicht. Yeah Pop. Pikachu brennt. Sehr schön. Gut. Also eine Anspielung auf Ging auch mal. Ging auch mal. WTF ist jetzt gerade los? Hallo. Ich wollte hier nochmals umschauen. Ich brauche irgendwie einen Anzug. Dass ich dort reinkomme wo ich doch schon ständig rein will. Äh hier ist Müll. Auf einmal. Auf einmal. So. Gegen oben. Hier drinnen ist es. 100%. Ah ich will diese. Stamm. Ich glaube ich bin ein Lieb. So. Ah hier drinnen ist es. Wetten. Ich will aber einkaufen. Bitte geht alles da rein. Ich muss alles rein bringen. Oh Coach. Okay geht nicht so gut. Hm. Haben wir irgendetwas übersehen? Ah hier drinnen haben wir gehen. Aber man kann auch. Man kann reingehen. Cool. Also. Das ist eine Mission die ich nicht so mag. Gehen wir zuerst mal hier rein. Ab. Eine Abkürzung. Keine. Ah man kommt gar nicht rein. Oh Gott. Gut. Zuerst mal hier rüber. Und die Beste einbrechen. Oh. Wird schwer. So. Dann. Was macht ihr hier eigentlich? Oh nein. Das ist ein Fake. Wir wurden gefangen genommen. Nein. Mission Impossible. Ja jetzt ist die Mission Impossible. Wir sind hier drinnen und können nicht mehr raus. Kann ich eigentlich irgendwie rausglitschen? Ocean Swan. Ja wir sind Ocean Swan. Okay. Ja. Ich weiß dass man hier durch kann. Ich habe nur so gespielt. Oh wie schnell man ist. Ich glaube von hinten sind wir schon mal reingegangen. Ich glaube da war noch eine Rotstatue. Ja. Ähm. Darf ich nicht mehr rein? Darf ich nicht mehr rein? Ich habe einen komisch. Bagger wieder gerne. Ich liebe das herumbaggeln. Okay genau. Giraffe löst den Fehler. What. What the fuck. Ich löse immer mit der Giraffe irgendwas aus. Es ist langsam nicht mehr lustig. Ey. Oh Spiele heraus. Okay. Raus bin ich schon mal. Aber das Polizei wird wieder existieren nicht mehr. Wow. Da ist ein Mensch. Ich bin ein Giraffe. Ich bin das verpacktestste Wesen auf der Welt. So. Ich habe mich getüchtet. Wie weiss ich nicht aber. Also. Komm jetzt. Ich verpacke mich sogar weil ich. Weil ich. Ach. Ich will nicht viel verpacken. Hier komme ich rein. Irgendwo komme ich. Hahaha. Wie gesagt. Wie das ist. Oh Gott. Ich werde schocken. Ach komm schon. Ja ja ja. Sehr gut. Jetzt backe ich rein. Oh ja. Komm schon. Wie das aussieht. Das würde das Spiel gar keine Physik haben. Wie so ein 90er Jahre Spiel oder so. Ja ja. Komm. Geh jetzt rein. Wo bin ich jetzt schon wieder? Oh Mann. Ich muss noch ein Wesen. Ich freigeln. Jetzt bin ich irgendwo dazwischen. Jetzt verwandle ich mich in eine Banane. Und ich kann herumlaufen. Komm schon. Ich bin da. Ich bin da. Einfach der Spielknöcker. Knöcker jedes Spiel. Lol. Der sieht cool aus. Mann Leute. Bunt herumlaufen. Bunt. Oh. Habt ihr es gesehen? Hui. Ich möchte gerne raus. Ich hab mich festgeborgt. Ich bin dann festgeborgt. Das sind auch meine Leute die ich verhaftet habe. Aha. Wieso. Wieso muss ich das freispielen? Kann man das auch wieder im Gehirn spielen? Okay. Ich hab mich festgeborgt. Gut. Äh. Genau. Hier hin. Tschüss. So. Mit dem Ding gehts auch wieder schnell ab. Wie geht das mit dem Rennen? Ja. Mit der Zeitlupe vor allem. Blubblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl. Die Schuhe so in dem … äh den Koffer. Ja hier kann ich auch reinparken. Blblblblblblblblblblblblblblblbl blblblblblblblblblblbl Blblblblblblblblblblblblblblblbl ВN ganne Anker. Bleh." Ich nehm den Anker mit. Hallo. Nimm den Anker mit. Ich mach alles kaputt mit dem Anker. Ich bin der größte Anker der Welt. So. Ich mach alles kaputt. Ja. Wo kann ich besser gucken? Oh ja. Ich kann mit dem Anker alles machen. Meine Zunge lang machen. Ich kann alles machen mit dem. Ich mach alles hier kaputt. Oh, ich mach Clowns kaputt. Genau. Clowns. Ja. Clowns sind immer Opfer. Sie müssen immer lustig sein. Was ist das für eine Siege hier? Ist das nicht von God Simulator 1? Wo man einfach werden kann, oder? So ein Skinner. Okay. Oh, Lachs kaputt, Mann. Lachs kaputt. Ja, Lachs kaputt. Sehr gut. So. Hm. Oh. Das brauch ich. Geil. Lol. Ich hab das einfach gefunden, weil ich dachte, hä? Da kann man doch rein. Also, da passiert zwar nichts, dachte ich, aber da haben wir ja. Boah. Habe ich jetzt dieses Zeugs? Okay. Das wäre ein Zufall gewesen. Aber... Kurz schauen. Das kann man erwarten. Da unten haben wir alles, oder? Hey. Geh wieder hoch. Nein, nicht so schleimen wieder, das blöde Öl da. Mh. Was muss man jetzt machen mit dem... Ah ja, ich muss ja sowieso noch das Tier wechseln. Komm jetzt hoch, du blödes Wildzahn. Blödes Wildschwein. Oh, rum, 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 rum. Ich tötele mal ein bisschen hier herum. So. Ah, ich hab das Zeugs noch nicht an. Was ist hier edel? Ich hab hier nichts zum Edel sein. Hm. Wir nehmen irgendwas, was uns hilft. Ja, die Brüssel. Körper. Genau. Hier. Füße. Ja, die Schuhe natürlich. So. Wir sind edel genug. Jetzt. Ah. Raufschlagen. So. Und was ist hier drinnen denn? Hm. Buggies? Buggie? Buggies? Buggum-Buggas? Oh, geil. Bäh. Was ist denn hier? Lass. Nix ist los. Es ist nur ein Irrgarten. Der Unvernunft. Oh ja. Oh ja. Oh, Möhltonne. Die Möhltonne muss mit. Die Möhltonne muss mit. Kann aber nicht mitgehen. Doch, sie kann nicht. So. Möhltonne muss mit. Egal wo es hängen bleibt. Es muss mit. Hallo. Möhltonne muss mit. Oh, geil. Hier kann man hier ein bisschen reden. Hallo. Ich will hier rein. Dankeschön. Kommst du jetzt mit? Mann, diese dicken Menschen immer. Die stopfen schon ein bisschen etwas vor. Aua. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh je. Boah, wie schnell der rollt. Alle Pegel, Kegel werden rumgekegelt und ich selber achte. Ich kann mich sogar teleportieren. Okay. Aua Oh, au, au, au Im Klo muss ich sein Ich packe mich hier rein Ich muss hier durch Hallo, ich muss hier durch Ja, ich hab's geschafft Okay, für das gibt's eine Riesenbelohnung So, hier ist ja nichts mehr gegangen Oh, ein Bett Cool Ich schlafe nicht um die So Dann haben wir hier noch etwas Boah, ich werde so Zurückgehatet Hallo mein Gott Da ist es Noll Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ich werde immer teleportieren Das Spiel kann nicht mehr mit meinen Störungs Äh, Ding Aushalten Störungsproblem Was so geil Dass die Zunge Zurückschleidet So, aber was Wird hier angepflanzt eigentlich? Weiss das jemand? Hä, kommt doch nicht so weit Immer Ich glaube ich gehe hier immer den falschen Weg Also hier waren wir auch schon Hier zum Beispiel Man, rechts herum ist immer schlecht Nur in Diablo 2 war es besser Rechts herum Ich will hier durch Ich habe irgendwas gesehen Irgendwas ist hier drin Ich will hier durch Vor allem, einfach die Tone ist jetzt oberhalb vom Level Das ist doch ein Raum Okay Guck mal Meine Zunge geht's gut Meine Zunge geht's gut Das ist doch ein Geheimgang Irgendwas muss ich doch machen können Das ist so geil wie die Zunge einfach alles manipuliert Die ganzen Bewegung Was, das ist ein Versteck Da ist irgendwas hinten drin Ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Aber die Ich glaube ich komme da nicht mehr runter So Ich bin der Schwein Ich bin das Heuschwein Heuschwein, du Heuschwein Heuschwein mit dem Heuschwein Ich bin das Heuschwein Ich bin das Heuschwein So Lass mich doch mal kurz Hier waren wir noch nicht Geil Ach cool diese Hecke Eine Ziegenhecke So Und hier ist auch wieder Sackgasse Irgendwie sind überall Sackgassen Ich glaube nicht Dass es hier weiter gibt Äh Ja Sack der Drago Aber ständig Hä Hier waren wir Hallo Wo war ich denn hier Ich weiß es nicht Ich sehe voller Kack Du sehe nicht den Meer Den Wald Upa Also doch da vorne Hm In der Mitte Nein nicht in der Mitte Oh ich höre irgendwas Hä Hä Das ist doch nicht hier vorne Irgendwie Nein Ich habe doch irgendwo noch einen Raum gesehen Weil ich nicht war Hier Gut Hier ist auch eine Ziege Nein Doch das ist eine Ziege Geil Ah hier also nicht Dankeschön Wo geht es denn da Ah hier Na guck mal Das sind Menschen Ach schade Das dauert ein bisschen weiter Hier gehen wir noch durch Hier ist auch nichts Ja da geht es wahrscheinlich dann das Ziel Hier müssen wir noch durch Oh Geil im Gang Immer schön alles versuchen Weißt du Nicht immer ans Ziel laufen Und dann denken wir das alles gefunden Immer schön alles versuchen Wie der Schwein hier Oh das ist immer schön Oh Knacksen Immer schön knacksen Knacksen ist übrigens gesund für die Gelenke Aua Die Knochen natürlich Immer schön durchknacken So Nein macht das ja auch nicht Wir sind fertig Boah Wieso hört das Ich höre nichts Ja ja das macht weh Ich weiß Hab ich wieder ein bisschen Umgewachsen Wir sind ja jetzt auch fertig Oder Hier Hier ist der Ausgang Ja Oh geil Toller Mocke Jetzt sind wir fertig Was ist denn hier noch Nichts mehr Ach ich bin enttäuscht entwickelt Das hätte die besser machen können War man nicht so lange Wenn man alles erkundet Muss man ja Ewigkeiten Daran arbeiten Wenn man es auch nicht weiss Geil was ist das Ah das sind diese Haare Die wollte ich schon lange haben Mollys Wieso Hier sind Schweine Erlaubt Keine Ziegen Knick Diese Ziegenopfer Sind lustig Und sonst ist nichts mehr Nein Oh nein Oh Rapsvermeselt Ey Wieso ist das Schwein So schlecht Zum Steuern Weg damit Ha Ich habe ein besseres Tier Ich liebe dieses Ist da oben auch Nichts Nichts Ziegen Ich kann hier auch Auch Ohne eine Ahnung Die Wiederzunehmen Wiii Ey Wieso Wieso kann ich dich nicht mehr steuern Wenn ich dann Gut bin Lass doch mal raus Ich kann mich hochhangen So Nochmals Gut Dann machen wir halt Einfach die leichteste Störung Wenn irgendwas nicht klappt Oder Ja So würde ich es nicht kaputt machen Hau Tor Kör Oh Kann man sich hier wieder verpacken Aiu So Also wo ist die Weppe wieder Irgendwo ganz woanders Wieder So So Und dann auch hier wieder gehen Und dann gerade Ausfüten Ja geht doch easy Man muss nur das richtige Tier nehmen Ai 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 Tschüss Hier geht alles kaputt Welcher Musiker hat hier immer dieses Glaszeugs gemacht Ähm Kennt den Namen nicht Aber ich weiss welcher Da oben ist vielleicht noch irgendwas mehr Da oben ist wahrscheinlich nichts mehr Wir kommen auch zu leicht hin Gut Dann gehen wir raus So Jetzt habe ich mich auf die Goldstatuen ansage In diesem Gebiet Aber ja Ist jetzt nicht so schlimm Hier dringend können noch etwas sein Ah Herr Franz Ah wir sind hier vorne jetzt Okay Dann hole ich mal diese Chance noch Wenn ich ein Auto hätte Kann man eigentlich die Präsidentenwahl nochmals wieder holen Ja und wo sind die Autos jetzt hier Oh Mega Bug Lord Okay Hier unten war ja nichts Hier unten war es Scheinbar nicht Jetzt gehen wir nochmals kurz dort zum Äh Ja zu einem schnellen Auto Genau So Ja wir haben noch ein bisschen Zeit Wir können ja mal alle Chancen ein bisschen suchen Aber Ja wenn wir jetzt nicht finden Das ist nicht gut Also so gut Gib mir dann Out Das ist zwar nicht schnell Ah da ist ein schnelles Ja Sehr gut Wow So Komm mal hier drauf Driften schon Äh ja Nein Da nehme ich das an gerade Ja So die Flossen sind doch nicht so gut Okay Ist es schneller mit Elektro Okay Ähm ja Zwei von fünf Okay dann machen wir noch die große Rampe Die habe ich glaube ich auch noch nicht gemacht Das Prinzip Das ich später auch machen kann Und dann gibt es hier wahrscheinlich noch etwas Lustiges Das haben wir nochmals wieder kundet Geht es gar nicht? Ist das gar keine Chance? Hm Ja gut Also es geht wahrscheinlich gar nicht Daher in anderen Games ist hier Ja In einer Schanze Das ist ja ein bisschen dem Times Square Nachgemacht Oder ja In einer anderen Platze in New York Oder Ich weiß nicht Was ist Auf jeden Fall Das ist irgendwie nachgemacht Okay Also so eine Schanze kann das ja nicht sein Und Öl haben Wir haben ein bisschen Öl am Boden Das ist irgendwie ganz holler Öl Okay Haben wir nicht irgendwas hier noch zu machen? Oh Oh je Die spinnt Die übertreibt es ja wieder Und wie lange geht das? Hey Jetzt kann ich mich dann Hey Wieso geht das nicht? Wieso kann ich nicht hier hoch? Ich dachte Ich kann hoch Okay Und jetzt? Ich dachte Man zieht sich mit hoch Aber das geht gar nicht Und das habe ich schon ständig Geprobiert im Stream Und ich habe es nie geschafft Also man Man kann leider nicht mitfliegen Oder so Ist langweilend Ich möchte das anders Was machst du? Was ist das jetzt? Ah Der hat ein Tor Cool Genau Und das war das Was haben Gebäude Da beträgt Okay Ich wusste es nicht mehr so genau Aber ja Aber mit dem Zeugs Kann man nie etwas machen Schade Die Entwickler haben da Okay Jetzt geht es Jetzt bleiben wir einfach ein bisschen dran Okay Es war scheinbar ein Bug Aber ich wusste Dass man irgendwie hoch kann Und dranhängen kann Ja Jetzt müssen wir einfach irgendwie Oh Gott Wir werden alle sterben Ich wette ich hätte die Goldstatue auch so einsammeln können Weil er fliegt gerade genau dorthin Aber gut Man schafft es auch mit schwierigen Zielen und so Easy Die Goldstatue zu holen Ja Ich kann leider nicht viel machen Und da verlangen wir uns ein bisschen langsam Jo Ihr dürft gerne jetzt den Part eigentlich beenden Oder ihr dürft mir noch ein bisschen beim Ploppern zu haben Ich bin übrigens ein Manga und Hai Fan Oh nein Oh nein Es fängt wieder an zu packen Ah hier hätte man auch gut irgendwo hin Springen können Also da drauf Aber ja es ist nichts zu sammeln Also deshalb Könnten wir eigentlich loslassen Kann ich den Kran noch hoch gehen irgendwie Mit dem Fisch sicher Aber da oben ist auch nichts Ist das ein Ei dort oben Ich müsste eigentlich noch dieses Ding einsammeln Also dieses Ding ausrüsten Dort auf diesem Plakat könnte noch etwas sein Ja aber es ist wirklich nichts Für was ist der Ballon dann sonst da Nur die Goldstatue Die man wahrscheinlich so schwer holen kann Ist wahrscheinlich damit immer holbar Ja aber sonst sieht man halt auch nicht mehr so viel Ob es noch sein könnte Auf dem Ballon ist auch scheinbar nichts Das wäre viel zu schwer Was steht hier drauf San Angora wieder Okay In diesem Ecken ist auch nichts Am Donut ist wahrscheinlich auch nichts zu holen Da ist eine Goldstatue da drin Aha Hier könnte man auch gut drauf So wir sind schwer So wie der sich gerade bewegt hat Genau hier ist ein Ventilator Ja und dann sind wir wieder da Okay Gut Ich möchte einfach mal kurz noch ein paar Sachen überprüfen Aber Da drinnen war mir gleich Oh nein Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern Aber ein Affenhaus Ein Affenzahnhaus Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern Das ist ja wohl Ich weiß nicht mehr wie es heisst Aufklackt wird Also, dann haben wir hier nichts. Vielleicht hier hinten. Dankeschön, dass du den Weg besperrst. Au, oh Gottchen. Oh Gottchen. Ui, ui, ui. Ob ich wieder alles gefunden habe, ob ich mich verbangen könnte. Ja, definitiv verbuggt. Ui. Oh, Alter. Oh Gott. Tut mir leid. Ah, das ist krabbel. Aua. Schade, dass nicht mehr so viel ist. Weiß ich gar nicht mehr, was ich so machen soll. Ich kann mich nochmals ein bisschen informieren gehen. Immerhin haben wir jetzt die schweren Quests auch lösen können. Mit ein bisschen Zufall und dort hingehen, wo noch nichts gemacht hat, können sie davon auch lösen, ohne Hilfe zu bekommen. Ja, so schwer ist es jetzt nicht gerade, aber man hat halt wenig Zeit in einem Let's Play und ja. Und dazwischen malen wir müssen wir wahrscheinlich nicht mehr nachschauen. Zwischen oben. Okay. Oh. Gut aufs Gewände gekommen. Hier diese Ecken würde ich noch anschauen. Nö. Irgendwie nicht. Der Entwickler war einfach nicht zu gründen. Hatte zu wenig Zeit und so. Also, ich geh mal hooooch. Schade nicht geschafft. Aber als Fisch, komm. Schön machst du das Fisch. Ja, hier drin ist ne Goldstadt, hab ich gedacht da. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Dann, vielleicht hier nochmal so. Gibt es aber auch ne Goldstadt? so hat er gar nichts. Das ist nur von diesem Bad Giraffe. Das klingt so. Das Fisch sieht man heute wieder nicht so gut. Giraffe ist doch immer das Profi, wie zum irgendwo hochzukommen. Ja. Ja. ist jetzt nicht so ein schönes B da. Nein, nicht auch so. Ich schreibe wieder schlecht. Ein bisschen zu viel in die Seiten klingt. Also. Ja. Ja. Ja, Kinder. Bock dich einfach mal runter. Genau, hier waren wir aber schon oben, oder? Ding ist. So. Ja, ich war oben. Hallo. Ich kann das nicht bedienen, so. Okay, die Giraffe ist zu fett, ich weiss. Nein, das Ding ist weg. Mach mal. Mach mal. So. Also. Hier drüben irgendwo. Nein. Da drinnen waren wir ja. Ähm. Hier oben irgendwo dazwischen drüben waren wir auch. Etwas kann ich noch machen, aber der Part ist schon ziemlich lange. Ja. Ja, ich kann es noch mal kurz machen. Also dort hoch muss ich wahrscheinlich nicht mehr, wo wir das hier geben, wo wir raus sind. Und ja. Da ist eine Goat-Stadion noch oben. Okay, habe ich das letzte Mal übersehen wahrscheinlich. So. Oh. Nicht den Kopf drinken. Ja. Habe ich wahrscheinlich übersehen durch die Höhe. Und jetzt haben wir. Okay, noch 8. 20 haben wir. Müssen noch auf 8 kommen. Knacks. Ja, Knacks. Ja, Knacks. Hol auf den Kopf oder das Knick. Durchgeknackst. Ich nehme den mal mit. Warte. Wo ist er jetzt hin? Hä? Der ist verschwunden. Da ist er. Aua. Ich wollte doch schlägen. Bitte, 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 bitte. Hallo. Was macht der Schild hier? Oh, ist das nervig. Ich will mähen. Ja, der Staub macht so viel Ripple. Okay, dann warten wir ihn auf. Ja, es geht. Soll ich ihn mal stoppen probieren? Abknallen oder so? Ne, das geht scheinbar nicht. Abknallen, abknallen. Komm schon. Abknallen. Öffnen, drücken. Vielleicht schon ist da nichts. Äh, wo sind die anderen so? Ach, der Schild ist am besten. Schade. Also ich will nochmals dort hochkommen. Ja, wow. Ja, wenn jetzt wir nicht mehr so viel zu machen haben, machen wir den Endboss-Kampf noch. Und dann haben wir noch alle Goat-Statuen. Währenddessen also wirklich lustige Sicht-Sachen wieder ausprobieren zwischendurch. Und dann, ähm, machen wir einfach nur noch lustige Dinge. Ja, toll. Bleibt auch oben. Ja, genau. Kann auch so. Ja. Und wir müssen mehr Rollen spielen natürlich noch. Ist ja noch nicht so überragendes Spiel von mir. Ja, das Game hat sehr ablenkt. Aber gut. Vielleicht hier rein. Da hoch rein. Sehr gut. Also hier haben wir eine Goat-Statue. Sehr gut. Aber jetzt kommen wir hoch. Hier wieder mit dem Fisch. Nein, mein ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das muss ich mit dem Fisch machen. Oder von oben runter gehen. Sehr schön. Und ganz hoch. Das ist ja auch ein großes Gebäude, weil wir da auch noch etwas trocken sind. Hm. Also hier ringsum wahrscheinlich nix. Das geht zwar nicht so gut in meinem Hund hoch. Hier waren wir, glaube ich, aber schon. Ah, das ist das Wurstbespiel wieder. Okay, der Ballon ist. Ist weg. Ja, hier ist wirklich nichts mehr. Ich könnte das mit dem Ding noch machen, mit dem höchsten Punkt. Und das mit dem Ding, äh, Polizeirevier. Ich möchte einfach noch ein paar Punkte sammeln natürlich. So. Und da schaltet man irgendwas frei. Ich muss wechseln. Oh, das war auch ein bisschen wackelig. Ja, ich bin ein bisschen wackelig. Ich kann nicht wackelig. Ah, das ist fertig. Triff fünf Leute oder Objekte mehr im Schädwurf. Für Klamotten. Das sind noch coole Quests, aber ich ignoriere sie halt ein bisschen. Aber das ist ein bisschen schwierig, wenn das so ist. Objekte. Wo gibt's viele Objekte? Ja, dann haben wir Menschen. Was muss das sein? Ich wollte den Part beenden? Nein. Da auf dem Zwischengebäude waren wir aber auch schon, oder? Und bei diesem Bild da auch. Hat doch geklappt, oder? Nicht? Also für mich hat das geklappt. Hey, wieso geht das nicht? Ja, ist es so gemein, dass man einmal schießen muss und fünf Objekte treffen muss? Oder mit einem ohne Abfragen, oder? Ja, das geht nicht. Das müssen wir noch ein bisschen, ja, ausdiskutieren, was. Nehmen wir einen Menschen zum Einkaufen und können wir kurz machen. Ja, da kaufen wir nicht. Ja, wo ist der da schon wieder? Ist das dein Ernst? Ich wollte den Partner nicht beenden. Komm mal. Ah, wow. Ein bösen Bild. Dann nehm ich halt euch mit. Nein, ich nehm mich mal hier. Nein. Hallo. Nein, ich möchte nicht wieder hier hin. Auf. Was? Hä, wieso geht nicht? Nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Beat. Geil. Geil gemacht. Geil gemacht. So ein geiler noch. Ah, hier noch mal kurz gucken. Wegen dem einen Schild da. Werbeschild zeigt sich. Also wenn ich jetzt eine normale Person nenne und dort reingehe. Was ist das okay? Weg Ich weiß nicht wie man das macht, wenn ich einen Einkaufsdarm oder hab. Ok jetzt hab ich's. Finde den Heckraum. Ja das ist auch easy. So dann machen wir doch einen längeren Pfad schon. So hier ist mal nichts oder? Und da oben sehe ich jetzt gerade auch nichts mehr. Ah da hier ist also nichts. Der Heckraum war? In welchem Gebäude? Der war einfach unter der Polizeiwache in einer Kanalisation würde ich empfinden. Und was haben wir jetzt bekommen? Was ist das für ein Symbol? Ist das aber ein Gebäude oder so? Und das ist nicht diese... Ding... Währung oder? Nein, die sind anders aus. Die Stahl-Arts-Coats aus. So hier drin. Kommt man hier rein? Ja. Gut. Der Heckraum war hier drin. Nein, nicht hier drin. Wo geht's ja raus? Oben ist nix. Also wieder rein. Wieder rüber. Wieder hier hin. Wieder hier schauen. Wieder hier. Ah ok. Ok. Geschafft. Also bekommt man diese Dinge. Mit dem Ding, ähm, Wolkenkratzer zeigt, Symbol rechts oben. Wird einfach gezeigt, das ist in der Stadt oder so. Gut. Ähm. Ja, schön. Dann Dankeschön mal wieder zum Zugucken. Jo, wir werden dann sicher noch mehr finden. Wenn ihr Tipps und Tricks habt oder so. Ideen habt. Dann dürft ihr das gerne posten. Kannst auf jeden Fall noch äh, ausfinden. Aber es wird wahrscheinlich in der Zeit gehen. Und das wäre es nicht, dass es ja vielleicht gemacht wird. Gut. Für euch tun auch. Haha. Dass noch mehr lustige Dinge passieren könnten. So. Und es ist schneller. Tschüss zusammen. Und ja. Bald kommt wieder ein wieder. Tschüss. 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 Äh. Tö Tö Tö